Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Olin und ich begrüße euch zu einem neuen Video von Red Dead. Diesmal eine Kurzanleitung. Wir wollen die Schnellreise freischalten. Da zeige ich euch mal wie das funktioniert. Ihr seht ich habe 5145$ und 50 Cent. Da müsst ihr, wenn ihr auch so viel haben wollt, das Video sehen, was ich davor aufgenommen habe. Wie man 5000$ in Red Dead schnell machen kann. Na gut, schnell nicht. Ich habe jetzt um die vier Stunden gebraucht, um hin und her zu reiten, um alle zu machen. Und zwar ist hier dieses Lagerbuch und da brauchen wir die Zelte. Das können wir natürlich nicht holen. Nimmt er das jetzt von meinem Geld oder? Ja, von meinem Geld nimmt er die teilweise mit. Also brauche ich nicht mal einzahlen. Und dann haben wir hier noch für 2, 260, ja 260$. Das nächste, das nehmen wir jetzt auch gleich. Geht auch von meinem Geld flöten. So und da haben wir jetzt eine Landkarte bei unserem Schlafplatz. Und dann nehmen wir natürlich das noch für alle. Dadurch wird jetzt der Camp für alle gleichzeitig noch besser und die zahlen jetzt mehr in die Gemeinschaftskasse ein. Ich zeige euch jetzt noch schnell. Ich hole natürlich alle Verbesserungen, aber ich zeige jetzt erstmal die Karte. Hier ist unser Schlafplatz. Hier ist sie zum Rasieren. Wo ist die Karte? Die müsste da hier irgendwo sein. Da ist die Karte. Und da können wir jetzt hier sagen, Schnellreise. Und da können wir uns die Orte, wo wir schon waren, aussuchen, wo wir hinreiten wollen. Das dauert dann immer ein Stück. Da kommt dann so ein Ladebildschirm und ihr braucht nicht mehr so viel hin und her reiten, wenn halt was ziemlich weit weg ist, könnt ihr so ziemlich schnell da hinkommen, ohne ewig zu reiten und vor allen Dingen keine Sheriffs und Banditen unterwegs. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben sehr freuen, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Es So